Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Böhmis on Tour. Heute nehmen wir Euch mit zu unserem Flug in die Karibik nach Punta Cana. Zunächst ging es von Frankfurt nach Paris. Ursprünglich wollte die ganze Familie fliegen. Leider kam arbeitstechnisch etwas dazwischen, somit musste ich mit den beiden Jungs alleine fliegen. Nach dem Check-In dauerte es nicht lange, bis das Boarding begann und wir abhoben nach Paris. Am Flughafen Charles de Gaulle gab es für die Kids sehr viel zu entdecken. Neben Spezialitäten wie Macarons gab es auch jede Menge Kleidung und auch Essen für uns. Dann war es Zeit, das Gate aufzusuchen und den Flieger nach Punta Cana zu besteigen. Nach einem ruhigen Flug kamen wir in Punta Cana an und wurden von unserem Taxi direkt ins Hotel gebracht. Im Hotel war der Empfang sehr karibisch, mit Schaustellern aller Art. Da es schon recht spät war, schliefen die Jungs schon fast an der Rezeption ein. Durch die Zeitumstellung war ich schon am nächsten Morgen sehr früh wach und bin noch vor Sonnenaufgang an den Strand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach dem Sonnenaufgang ging es über den Strand am Pool vorbei zurück ins Zimmer, um zu schauen, ob meine Mitreisenden schon wach sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Da die Jungs noch schliefen, konnte ich mir am Strand das neu gebaute Beach House anschauen. Im Beach House im Privilege Club gibt es einen tollen Swim Up Pool. Dann hieß es zurück zu den Jungs zum Frühstücken und dann an den Strand. Musik 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 Vielen Dank. Nach einem entspannten Tag am Pool und am Strand ging es abends zum Japaner. Untertitelung des ZDF, 2020 Der nächste Tag startet wieder mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Morgen verbrachten wir am Meer, bevor es nachmittags in ein anderes Hotel zum Mittagessen ging. Musik Musik Am Morgen unseres letzten Tages war sehr viel Seegras am Strand, was aber über den Tag von den fleißigen Helfern wieder weggeräumt wurde. Musik Musik Nach einem letzten Mittagessen mit Meerblick ging es über die Rezeption zurück an den Flughafen. Am Flughafen merkte man deutlich, dass Halloween vor der Tür steht. Und wenn man schon mal die Gelegenheit hat, muss man auch bei Taco Bell essen. Danke fürs Zuschauen. Musik 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 Musik